Wenn die katschickische Wiedervereinigung scheitert, dann steht die Bundesregierung blamiert bis auf die Knochen vor der Weltöffentlichkeit. Entschuldigen Sie, Frau Ministerin. Ich kenne den Mann dort auf dem Foto. Ein ehemaliger Kundschafter des Friedens. Wovon reden Sie denn da? Ein Auslandsagent der DDR. Das hat er so richtig am Arsch. Er will die Mission leiten. Er will seine Kumpels mitnehmen und aus dem möchte er die volle Westrente. Flächendeckendes Grundeinkommen. Verstaatlichung der Banken. Wir könnten hier konkrete Forderungen stellen. Kann BFC Dynamo in die erste Bundesliga delegieren? Ja, sehr witzig. Ich bin doch nicht ernsthaft diese DDR-Renten in die Operation involvieren. Im Moment sehe ich keine Alternativen. Wir sind auf meine Weise durch. Nicht mit irgendwelchen Halbhafen. Wir werden noch froh sein, dass wir Ihnen über die Straße helfen. Jetzt aber ganz ruhig, Jungpionier. Wir fangen jetzt in, dass es amüsiert wird. Da trifft sich alles, was Rang und Namen macht. Scheiß Kapitalismus. Das war Volkseigentum! Aber wir brauchen eine Situation, in der wir unbemerkt an ihn rankommen. Stockholm, 84. Wie soll ich denn hier angereichertes Uran auftreiben? West Berlin, 78. Ach nö! Du glaubst, dass ich's nicht mehr drauf habe? Nein! Ich krieg der Käse hier! Du sollst es machen! Mach das doch mal! Sind Sie wahnsinnig? Wir arbeiten analog. Sehr schön. Entschuldigung, könntet ihr das später klären? Unglaublich, dass sie ausgerechnet euch ausgebuddelt haben. Werden wir den Flug überleben? Wir haben Werte wie russische Hammerwerfer. Wir machen. Wir machen, wenn wir uns ganz auf den Blick befinden. Wir machen das mit woher und wir haben. Vielen Dank.